Willkommen zur Spieltagsvorschau mit dem FCS-Blog Carsten Pilger hier wieder für euch. Aber bevor ich jetzt über den kommenden Gegner, den SV Meppen, rede, möchte ich ganz kurz auf die Kommentare zum letzten Video eingehen. Jetzt nicht explizit auf alle Kommentare, die waren überwiegend positiv zur Trainingsgruppe 2. Aber ich will auf so ein Phänomen eingehen, was ich schon länger beobachte, denn seit so einem geraumen Jahr, also eigentlich genauso lange wie Lukas Quasenjok jetzt Trainer beim 1. FC Saarbrücken ist, lese ich immer wieder Kommentare, die sagen, weg mit diesem Trainer, der passt nicht zum 1. FC Saarbrücken, mit dem werden wir Misserfolg haben. Und ich finde, jeder hat eine Meinung verdient, aber diese Meinung, die halte ich doch für etwas naiv, denn anscheinend sind das Leute, die bei FCS spielen, sich gar nicht so sehr auf das konzentrieren, was auf dem Platz vor sich geht. Und wer den Fußball unter Quasenjok so ein wenig mit dem Fußball von Lottner vergleicht, der wird feststellen, dass sich schon einiges entwickelt hat. Quasenjoks Spielidee muss man nicht mögen, aber es ist eine Spielidee. Bei Lottner hat man sich zu oft auf die individuelle Klasse einzelner Spieler verlassen. Und da gab es auch in der Regionalliga oft Spiele gegen deutlich schwächere Gegner, wo sich der FCS viel schwerer getan hat. Und ich glaube, wenn ihr euch mit dem Thema tiefer befassen wollt, dann hört doch auch mal die Folge vom Studio Blau-Schwarz mit Sebastian Jakob zu diesem Thema. Das als Lanze, die ich mal brechen möchte für Lukas Quasenjok, denn diese Kommentare, die finde ich furchtbar kindisch und die gehen mir auch so langsam auf den Keks. Macht sie ruhig weiter, aber ich nehme euch dadurch nicht wirklich ernst. Auch wenn ich natürlich die Entscheidung von Lukas Quasenjok, diese Trainingsgruppe 2 einzurichten, etwas ungeschickt finde. Ich finde, da hätte er sich was Besseres überlegen können, als der Presse zu sagen, dass man den Spielern kein Fehlverhalten vorwerfen kann, was ihn ja ehrt, dass er die Spieler öffentlich schützt, aber gleichzeitig so eine Maßnahme zu ergreifen, die wirklich danach aussieht, dass das Spieler sind, die man von den anderen trennen muss. Und wenn dem so ist, dann scheint es ja doch irgendwas gegeben zu haben. Aber darum geht dieses Video gar nicht, sondern eher darum. Ich finde, so ein Trainer, und das hat Dominik Rossi ganz gut in den Kommentaren geschrieben, der muss jetzt kein Volksfestsänger sein, der beim Saarspektakel das Mikrofon in die Hand nimmt. Der muss einfach auf den Platz liefern. Und das tut Quasenjok bislang. Und klar ist es schön, wenn man einen Trainer hat, der sympathisch ist, aber im Fußballbusiness gewinnt man damit keine Blumentöpfe. Und auch mit sympathischen Facebook-Posts kriegt man in aller Regel keine Stammplatzgarantie. Aber zum kommenden Gegner, dem SV Meppen, der ist ganz schön spannend, und ich finde es auch ein bisschen schade, dass ich gar nicht hinfallen kann zum Emslandstadion. Wäre ja gar nicht mal so weit von Hamburg aus, wo ich wohne. Aber es ist so ein bisschen eine Überraschungstüte, was der Thorsten Frings da auf den Platz bringt, denn man ist ganz schlecht gestartet in Meppen in die Liga. Man ist auch, würde ich sagen, ein Abstiegskandidat. Allerdings hat es Spiele gegeben, wie etwa gegen Hansa Rostock, wo der SV Meppen plötzlich ganz gut aufgespielt hat. Gerade gegen die stärkeren Teams aus der Liga scheint Meppen mehr Bock zu haben oder vielleicht auch eher das bessere Werkzeug zu haben. Denn wenn man sich die Spielweise von der Frings-Truppe so ein bisschen anguckt, die sind sehr passiv, sehr reagierend. Da hilft es eher, wenn man früh in Führung geht und dann über den Rest der Spielzeit die Führung verteidigen kann. Verteidigen, das können sie ganz gut, wenn sie in Führung sind. Da machen sie auch die stärkeren Gegner ganz schön nervös. Und dann setzen sie vor allem auf Konter. Spannend wird, ob dieser neue Stürmer, den sich jetzt Meppen geangelt hat, nämlich Tom Böhre von Türkgücü München, da gibt es ja Auflösungserscheinungen, ob der in diesem System direkten Platz findet. Auf einen Spieler will ich noch mal genauer gucken, nämlich Hasan Amin. Der ist nämlich uns FCS-Fans noch in bester Erinnerung. Der hat von 2014 bis 2016 in einer, ich würde sagen, durchwachsenen Phase des Vereins bei uns gespielt. Er hatte auch wenig Glück, weil er war oft verletzt. Und er hatte auf der Linksverteidigerposition Munir Schafter vor sich. Aber eigentlich ist Hasan Amin, der auch afghanischer Nationalspieler ist, ein ganz spannender Spieler, denn er hat lange Drittliga-Erfahrungen jetzt gesammelt, auch schon bei Waldhof Mannheim und jetzt bei Meppen. Und er ist ein ganz solider Mann mit 29 Jahren, der vor allem gefährlich ist bei Standards, der gute Freistöße und Ecken schlagen kann. Zwei Tore, eine Torvorlage, vor dem darf man sich schon so ein bisschen in Acht nehmen, denn wie es so oft ist, die Ex-Spieler, die geben besonders Gas gegen den 1. FC Saarbrücken. Es wäre mal schön, wieder in Meppen zu gewinnen. Das hat man lang, lang nicht mehr, zuletzt 1989. Beim letzten Spiel in Meppen gab es übrigens eine 1 zu 5 Niederlage. Das war in den 90ern. Und Trainer bei Meppen war da auch ein alter Bekannter, nämlich Horst Ehrmann-Traut. Dieses Mal darf es gern anders laufen, damit wir hinterher hoffentlich auch nicht wieder die Trainerdiskussion haben, denn die bin ich so ein bisschen leid. Bis zum nächsten Mal.